Peter Seyna, Seyna versucht es alleine, die Scheibe draussen und nicht gesehen, zwei gegen eins Situation, Duka geht mit, Duka wird angespielt und Duka versenkt. Wunderbar gemacht von Grassi, der überlegt, der die Geduld hat und dies, nachdem die Scheibe in die neutrale Zone springt, die Lakers das nicht wirklich mitbekommen und Ambri Piotta nützt das eiskalt aus. Grassi mit Geduld, Duka mit dem kaltblütigen Abschluss 1-0. Danielson, aber an ist es Duka, Duka bringt die Scheibe weg und Ambri Piotta bringt den Sieg ins Trockene und damit auch die nächsten drei Punkte und damit ebenfalls ein weiterer Schritt getan für die Levenziner in Richtung Playoff-Qualifikation. Knapper Sieg mit diesem 1-0, allerdings muss man auch sagen, nicht unverdient, für allem auch dank einem hervorragend aufgelegten Nolan Schäfer. Jubeln die mitgereisten Anhänger von dem Team von Serge Pilti. 1-0 Erfolg, drittes Duell der Saison gegen die Lakers, auch dieses gewonnen. 1-0 Erfolg, drittes Duell der Saison gegen die Lakers, auch dieses gewonnen.